Hey Leute und willkommen zurück zu Pokémon Wild. Wir sind ja hier letztens stehen gewesen. Ähm, wir sind... Wo sind wir? Schrein der Ernte? Hier habe ich letztens glaube ich einen Pokéball gesehen. Ja. Flammenwurf! Moment, Moment. Kann mein Ding schon Flammenwurf? Mein Skellebrow oder wie das heißt? Nee. Das bringe ich ihn... Das gebe ich ihn. Aber jetzt gerade nicht. Ich habe gerade keinen Bock. Ähm... Ich weiß nicht, was uns hier erwartet. Also ich habe keine Ahnung. Bitte sag mir, du heilst meine Pokémon. Nee, hinlegen können wir uns auch nicht. Ja, Winter haben wir bestimmt. Ein Palimpalim. Ein Palimpalim. So, Moment. So, Moment. So kommen wir da nicht hin. Oh, ich möchte kurz das Item holen. Ein Hut-Hut. Ach nee, ein Noctur. Ach nee, nicht Noctur. Nack-Tuch. Ich habe keine Ahnung. Ich sollte bestens Schutz einsetzen. Hier sehen wir also Pokémon aus der... Moment. Es ist aus der zweiten Generation, glaube ich, oder? Ja. Silber-Nedition muss die zweite Generation sein. Ich übertrank. Brauche ich nicht? Ich habe genug Tränke. Egal, aber ich setze mal Schutz ein. Hm... Ich habe einen Sonderprogramm auch. Top-Schutz. Mal gespannt, auf welchen Level die Gegner hier sind. Ach, ich muss so viele Pokémon haben. Und dann hier ist auch noch ein Käfer. Mein Feuer-Pokémon ist gerade kein Beruf. Was können wir denn so einsetzen? Hier wird nur Donnertag. Jetzt setzen wir Flieger hin. Pfff. Tanzer. Wie es aussieht, hat er nur Käfer-Pokémon. Ich wusste, dass es kommt. Ich hab's gewusst. Ich wusste, dass es kommt. Ich hab's gewusst. Ich wusste. Die Krax, da sollte nicht so viel abziehen, genau. Ach, nochmal Dankeschön an die Leute, die mir gute Besserung gewünscht haben. Waren zwar nicht viele, aber danko. Ja. Hm, Level Up, gut. Was habe ich nochmal für Pokémon? Ero, Kaxi, Chomega, okay. Wie viel Zock Donnerblitz? Überlegen die die Attacke? Nein. So, wir haben den Teenager besiegt. Ähm, was geht das hier? Schafsan. Sag mir aber nicht, dass du Käfer-Pokon oder Pflanzen-Pokon oder weiß-was-ich hast. Also, ich weiß nicht, was uns hier erwartet, vielleicht nur Trainer-Kämpfe, vielleicht auch mehr. Mal gespannt. Solar-Strahl. Hui. Lass mich fliegen. Bitte, 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 bitte. Oh. Nein. Ich bin Taki, doch. Immer wenn ich Zangila sehe, denke ich immer, dass es ein Wasserpupen, aber ist es ja nicht. So, die waren echt eine große Herausforderung für uns. Also, mal gucken, was es hier oben gibt... Trainer... Ein Wulfix! Okay... Oh, das ist ein Backup. Ach nee, sag nicht, ich muss hier kämpfen. So. So. Jammer? So, hier sind wir Pokémon allerhand von der alten Generation. Mal ein schöner Anblick. Für die Leute, die die neugierenden Generation nicht gefällt. Weiteregren, die nicht gefällt... Gäлом? Es war's. Ich bin jetzt nicht so gut, was ich bin jetzt Musik dreamt. Jetzt ist es so gut gemacht und wird es gut gemacht. Ich freue mich. Ich bin jetzt nicht Training. Wir können das NFL animieren. Ich bin jetzt nicht dran, sondern es ist ein Standard. Aber das ist ein Standard. So. Ah, da ist ein Pokeball. Ein Sonderbonbon. Jetzt habe ich zwei Sonderbonbons. So. Ich speichere erstmal. Ich weiß nicht, was mich erwartet, wenn ich jetzt da auf dem Haus klicke. Oder was ist das? Eine Hütte. Oh, nur ein Schrank. Was war's? Was war's? Gerade, wo ich... Oh, ein Ding. Ein Rundschirm. Ja, gerade, wo ich Schutz einsetzen wollte. Warte. Komm, Pokeball. Runter kann ich ja nicht. Boah, das geht mir gerade so auf die Nerven, die Pokémon. Okay. Okay. Ich habe keine Ahnung, wo wir jetzt hier hin müssen. Oder ob hier irgendwas passiert. Aber... Von hier kam mir. Dann... Ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Ich hatte nicht mehr. Ich hatte nicht mehr. Ich habe nur noch halbieren. Und das war nur eine Ahnung. Ich hatte nichts. Ja, das hat alles in den Kopf gemacht. Ich hatte nur noch der Wenn- Das überlegen wir wahrscheinlich nicht. Oh doch, gut gemacht, Dekor. Ein Sonnenkerl. So, wir haben alle Trainer besiegt, wir waren beim Schrein, da passiert da auch nichts. Ich hab keine Ahnung. Muss ich hier was machen? Hm, vielleicht nochmal hier reingehen. Ach so, jedenfalls Leute, ich beende hier den Part und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann, tschau.